Ja, hallo mit O, liebe Nerdlinge. Heute habe ich ein bisschen was anderes mal wieder für euch. Nämlich, über Spanien lacht die Sonne von Reprodukt, geschrieben von Katrin Klingner. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für das Rezensionsexemplar. I am nerd. Ja, worum geht es hierbei? Es geht um die Flüchtlingswelle 2015 und Hasskommentare im Internet. Die ganze Geschichte begleitet eine Internetredaktion, die solche Hasskommentare löscht und meldet. Und dementsprechend quasi zensiert. Aber irgendwo sind ja natürlich Grenzen gesetzt. Kitty, die Hauptfigur, beginnt als Aushilfe in einem Hamburger Medienunternehmen zu Zeiten dieser Flüchtlingskrise. Und liest sich dort die ganzen Hasskommentare durch, weil das muss ja auch irgendwer machen. Und zusammen mit ihren Kollegen löscht sie das Ganze. Und wir begleiten sie bei ihrem Arbeitsalltag, aber auch ein bisschen in ihrer Freizeit. Ja, wo sie sich dann auch mal mit Kollegen trifft. Die gehen dann zusammen was trinken, die rauchen zusammen. Man erfährt ein bisschen was über die Vergangenheit der Leute, die dort auch in dem Unternehmen mitarbeiten. Ja, auch der Chef wird ein bisschen gezeigt. Der versucht dann so ein bisschen die Stimmung hochzuhalten. Obwohl man sich ja vorstellen kann, dass so diese ganzen Hasskommentare irgendwann auch mal ein bisschen runterziehen. Und ich finde, das spürt man in diesem Comic auch sehr gut. Es gibt auf der Rückseite des Comics einen Kommentar von Brigitte Helbing, einem Jurymitglied der Berthold-Liebinger-Stiftung. Sagt mir jetzt erstmal nichts, aber zumindest ist dieser Kommentar abgedruckt. Und der sagt folgendes. Dem kann ich so erstmal nicht ganz zustimmen. Also ja, es sind immer kurze Einblicke, kurze Szenen aus dem Arbeitsleben, aber auch aus dem Privatleben. Allerdings empfinde ich das Ganze nicht so als komödiantisch. Weil mit komödiantisch verbindet man ja immer so ein bisschen was Lustiges. Ja, dass man auch mal lachen kann. Das habe ich aber in dem ganzen Comic eigentlich nicht so wirklich gehabt. Also es gibt so die ein oder andere Stelle, wo man schmunzelt. Das ist aber mehr so das Fremdschämen, weil die Kommentare... Ja, man kennt ja selber auch den einen oder anderen Hasskommentar von irgendwelchen Leuten im Internet, die sich anonym fühlen und meinen, da alles rauslassen zu können. Und die sind einfach so unfassbar dämlich. Ja, dass man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Und das Beste, was man tun kann, ist dann einfach darüber lachen. Das machen die in der Redaktion auch. Das merkt man dann schon mal an der Stelle. Da wird dann an der Stelle beim Lesen des Kommentars auch schon mal gelacht. Ansonsten sehen wir halt viele gescheiterte Figuren, ja, die in ihrem Leben früher große Ziele hatten. Einer war mal Kneipenbesitzer. Der sitzt jetzt halt auch da und löscht diese Kommentare für ein paar Kröten, ja, die er dafür bekommt. Kitty will eigentlich auch mehr vom Leben, ja. Es gibt Damen mit Familien, die dort arbeiten. Und von daher ist es, also, man erkennt sich gerne selbst, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade der erfolgreiche Mega-Geschäftsmann ist. Ja, wenn man einfach zur normalen Mittelschicht gehört, dann erkennt man sich einfach wirklich da schnell drin wieder. Ja, man geht arbeiten und weiß, es läuft nicht immer alles toll. Man hat auch mal schwere Zeiten zu durchleben. Und das wird hier in diesem Comic von der Katrin Klingner einfach gut aufgefasst. Von daher sehe ich das aber nicht ganz so als lustig an. Ja, es sind wirklich verzweifelte Menschen, die da ihren anderen Sehnsüchten eher hinterherhängen. Ja, gerade der Kollege, der die Kneipe hatte, der erzählt immer wieder davon. Ja, der erzählt jedes Mal wieder die gleiche Geschichte, dass er ja mal eine Kneipe hatte. Und die heißt aber jetzt anders, die Kneipe. Da sind andere Besitzer drin. Er geht da aber auch mal hin und unterhält sich mit seinen früheren Angestellten. Und alles ist so ein bisschen mehr für ihn. Das trifft auch auf die anderen Figuren zu. Es gibt dann auch mal das eine oder andere Mechel, was dann aber auch nicht wirklich gut ausgeht. Alles so ein bisschen... Ja, also es ist schon recht traurig, sich das Ganze mit anzuschauen. Aber trotzdem gut gemacht. Also ich fand dieses ganze Comic sehr ergreifend. Es sind sehr reduzierte Figuren. Es sind... Sie haben Tierköpfe meistens. Ja, der Chef geht sogar, glaube ich, auf allen Vieren. Kitty ist so... Weiß nicht, so ein Häschen irgendwie. Das sieht man hier auch schon auf dem Cover. Ja, also das ist Kittys Kopf quasi. Die besteht halt nur aus diesen Ohren, Augen und der Nase. Die anderen Figuren sind dann auch Hasen und alles Mögliche. Ein Wolf, also gerade dieser Kneipen... Ehemalige Kneipenbesitzer ist ein Wolf. Und ja, das tut der ganzen Geschichte aber keinen Abbruch. Ist halt alles sehr, sehr cartoonig gehalten. Passt aber auch insgesamt dazu, weil die Figuren dadurch halt ein bisschen anonymisiert sind. Ja, wir haben keine richtigen Menschen vor uns, sondern einfach Arbeitstiere quasi, die diese Kommentare durchforsten und löschen müssen. Und man merkt denen halt auch sehr an, wie ihnen das Ganze nahe geht. Es gibt dann aber auch Drohungen gegenüber der Redaktion, die der Chef dann aber quasi abfängt und gar nicht an die Kollegen weiterleitet. Ja, der wird mal angerufen und bedroht. Also da ist aus dem Alltag schon einiges zu spüren. Und man merkt auch, dass die Autorin selbst mal in dem Bereich gearbeitet hat oder noch arbeitet. Von daher ist das schon sehr aus dem Leben gegriffen. Allerdings, wie gesagt, finde ich es jetzt nicht so komödiantisch. Man kann es aber schön lesen und hat den einen oder anderen Wow-Effekt dabei. Ja, wird aber auch immer wieder zurückgeholt durch dieses Alltagsleben. Ja, sodass die Hasskommentare, die man hier auch drin lesen kann, ich weiß jetzt nicht genau, ob die wirklich tatsächlich echt sind. Für möglich halte ich es. Also sowas liest man halt schon in der Richtung. Das kommt häufig immer wieder mal vor, wenn man mal irgendwo sich Kommentarspalten durchliest. Ja, gerade wenn es so Richtung AfD geht oder Pegida und was weiß ich nicht alles. Ja, da findet man solche Kommentare tatsächlich. Gerade auch zu Zeiten der Flüchtlingskrise halt ganz besonders. Aber gerade die Tatsache, dass man sich da drin so wiederfindet und sich in den Figuren auch wieder erkennen kann, ist halt schon was Besonderes. Und macht diesen Comic auch so greifbar. Und die ganze Geschichte geht einem schon ein bisschen nah. Also von daher, wenn man mal was Ruhiges haben möchte, was der Realität auch mehr entspricht und wo man sich drin wiederfinden kann, kann ich über Spanien lacht die Sonne auch wirklich nur empfehlen, also der Spruch kommt tatsächlich auch drin vor, ist einer so der meist gehassten Kommentare. Es gab ja den, über Spanien lacht die Sonne, über Deutschland lacht die ganze Welt. Und das wird dann halt hier auch wieder drin aufgegriffen. Von daher also wirklich mal was Echtes, was man sich durchlesen kann. Nicht so fiktiv und weit weg, sondern wirklich was aus dem Leben gegriffen. Dieser Comic ist bei Reprodukt erschienen und kostet 20 Euro. Die kann man auch mal durchaus hinlegen, auch wenn es alles wirklich nur Schwarz-Weiß-Seiten sind, mit sehr reduzierter Bildwelt. Aber für den Inhalt lohnt sich das wirklich. Und da kann man auch ein bisschen was draus lernen. Ja, obwohl ich jetzt mal ein bisschen ab von der Fiktion war, hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Gerne ein Abo dalassen, Glocke klicken für das nächste Video, damit ihr informiert werdet. Kommentare und Daumen sind natürlich auch gerne gesehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.